Herzlich willkommen zum Lecturecast Gewährleistung. Gewährleistung, so sagt die Definition, ist das verschuldensunabhängige Einstehenmüssen des Schuldners für Mängel, die eine Leistung bei ihrer Übergabe aufweist. Wenn ich Ihnen also zum Beispiel mein gebrauchtes Auto um 8000 Euro verkaufe als fahrtauglich und Sie stellen bei der zweiten Ausfahrt, also nach Übergabe fest, dass die Bremsen vollkommen durchgerostet und daher funktionsuntüchtig sind, dann liegt ein Mangel vor und für diesen Mangel muss ich als Verkäufer verschuldensunabhängig einstehen. Jetzt gibt es für solche Fehler, die eine Leistung bei Übergabe aufweist, schadenersatzrechtliche Behelfe. Darüber hören Sie in anderen Lecturecasts. Da geht es zum vertraglichen Schadenersatz nach dem ABGB, also Schadenersatz ex contracto. Heute beschäftigen wir uns aber mit den verschuldensunabhängigen Behelfen, eben mit der Gewährleistung und die Gewährleistung ist damit eine von drei Leistungssteuerungen, die das ABGB kennt. Sie kennen den Verzug, sie kennen die nachträgliche Unmöglichkeit und eben die Gewährleistung. Und diese breite Definition zeigt schon, dass Gewährleistung ein sehr breites Themengebiet ist und daher werden wir es auch in zwei Lecturecasts hören. Zunächst geht es jetzt um den Tatbestand der Gewährleistung, das heißt also, wann kann ich Gewährleistung geltend machen? Und in einem anderen Lecturecast geht es um die Gewährleistungsbehelfe. Das ist also nichts anderes als die Antwort auf die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich Gewährleistung geltend machen kann? Also anhand meines Beispiels mit dem Verkauf eines Autos, ob ich wegen des Mangels etwas tun kann, ob Sie wegen des Mangels gegen mich vorgehen können, das ist die Frage des Tatbestandes. Und was Sie dann machen können, ob Sie das Geld zurückverlangen können insbesondere, oder ob Sie eine Preisminderung verlangen können, das ist dann eine Frage der Gewährleistungsbehelfe. Was den Tatbestand der Gewährleistung betrifft, ist die Abgrenzung zum Verzug und zur nachdäglichen Unmöglichkeit noch einmal in Erinnerung zu rufen. Beim Verzug geht es darum, wenn wir über den Schuldnerverzug sprechen oder auch wenn wir über den Gläubigerverzug reden, dass die Leistung hätte erbracht werden sollen, aber zum bedungenen Zeitpunkt noch nicht erbracht wurde. Da sehen Sie auch schon die Abgrenzung zur Gewährleistung, denn bei der Gewährleistung für schulungsunabhängiges Einstimmungen für Mängel bei der Übergabe ist ja Voraussetzung, dass es einen Leistungsversuch gegeben hat. Und das ist zugleich auch die Abgrenzung zur nachträglichen Unmöglichkeit. Auch dort gab es keinen Leistungsversuch, sondern eine solche Leistung scheitert. Abgrenzung zum Verzug ist nur, dass die Leistungserbringung dann auch bei der Unmöglichkeit dauerhaft nicht mehr in Betracht kommt. Das heißt also, eine Kernvoraussetzung der Gewährleistung ist, dass die Leistung erbracht wurde, dass sie aber eben einen Mangel aufweist und der Mangel ist eben die Abweichung vom vertraglich Geschuldeten. Und für die Frage, was jetzt vertraglich geschuldet ist und was also damit zur Mangelhaftigkeit führt, muss man sich mit dem Anwendungsbereich der Gewährleistung näher auseinandersetzen. Und da hat es uns der Gesetzgeber seit einer Reform, die mit dem 01.01.2022 in Kraft getreten ist, nicht gerade leichter gemacht. Früher hätte man für die Gewährleistung, für die Mangelhaftigkeit sowie für die Rechtsbehelfe und die Verjährung, also alles, was gewährleistungsrechtlich relevant ist, nämlich nur ins ABGB geschaut und für die verbraucherrechtlichen Besonderheiten dann ins Konsumentenschutzgesetz. Mittlerweile, und zwar in Umsetzung von zwei Richtlinien der Europäischen Union, haben wir aber zusätzlich noch ein verbraucherrechtliches Sondergesetz, das Verbrauchergewährleistungsgesetz oder kurz VGG. Und das bedeutet für den Anwendungsbereich der Gewährleistung nun das Folgende. Wir haben allgemeine Regelungen über die Gewährleistung im ABGB. Die kommen auf alle Verträge zur Anwendung. Wenn Sie an einem Beispiel des Gebrauchtwagenkaufs von Privat zu Privat, also C2C-Vertrag, über eine bewegliche Sache denken, kommt das ABGB zur Anwendung. Das Konsumentenschutzgesetz kann nicht zur Anwendung kommen, weil ich als Verkäufer hier nicht unternehmerisch tätig bin, sondern einen Privatverkauf abschließe. Das heißt, nur das ABGB kommt zur Anwendung. Das Gleiche gilt auch für B2B-Verträge. Also wenn beispielsweise der Produzent eines Lkw einem Lkw-Händler ein Fahrzeug verkauft. Auf beiden Seiten stehen Unternehmer und daher ist ein unternehmerischer Vertrag, auf den das ABGB natürlich zur Anwendung kommt und dann auch für Sonderfragen das Unternehmensgesetzbuch, aber natürlich nicht das Konsumentenschutzgesetz und auch nicht, nomen est omen, das Verbrauchergewährleistungsgesetz. Wenn wir also einen Verbrauchervertrag haben, dann kommt jedenfalls neben dem ABGB auch das Konsumentenschutzgesetz zur Anwendung und für die Frage, wann nun auch das VGG zur Anwendung kommt, also wann wir sowohl das ABGB als auch das KG als auch das VGG anwenden, kommt es darauf an, ob eine Ware von Unternehmern an den Verkäufer eine bewegliche, körperliche Sache veräußert wird. Wenn also der Händler dem Endabnehmer einen Gebrauchtwagen verkauft oder auch einen Neuwagen verkauft, dann kommt das VGG zur Anwendung. Das ist einer der beiden Kernanwendungsbereiche des VGG. Es geht um den beweglichen Warenkauf und beim beweglichen Warenkauf können es auch Waren mit digitalen Elementen sein. Wenn Sie beispielsweise ein E-Book kaufen oder wenn Sie ein Smart TV erwerben, dann ist das ebenfalls ein Fall für die Anwendung des VGG. Und daneben enthält das Verbrauchergewährleistungsgesetz aber auch Regelungen für den Erwerb digitaler Leistungen, also wenn es zum Beispiel um ein Netflix-Abo oder um Facebook oder ähnliches geht. In diesem Fall Gestaltungen kommt das VGG auch zur Anwendung, wenn also eine digitale Leistung gegen Entgelt oder wie bei Facebook gegen die Hingabe personenbezogener Daten erworben wird, dann haben wir ebenfalls das VGG anzuwenden. Und das heißt also zusammengefasst, dass wir drei Spuren des Gewährleistungsrechts unterscheiden müssen. Solche Fälle, in denen nur das ABGB zur Anwendung kommt, B2B und C2C-Verträge. Solche Fälle, in denen das ABGB und das KG zur Anwendung kommen, B2C-Verträge, die aber nicht dem VGG unterfallen. Wenn sie dem VGG unterfallen, dann sind sowohl ABGB, KG als auch das VGG zur Anwendung zu bringen. Und das führt zurück zur Frage, wann eigentlich noch Fälle übrig bleiben, welche Fälle übrig bleiben, in denen ABGB und KG anwendbar sind, nicht aber das VGG. Ja und da sind der Fantasie in Wirklichkeit keine Grenzen gesetzt. Ein klassisches Beispiel wäre der Liegenschaftskauf und zwar natürlich nicht von Privat zu Privat, also wenn Sie von einem Vornutzer die Eigentumswohnung kaufen, sondern wenn Sie beispielsweise einen Liegenschaftskaufvertrag, einen Kauf über den Erwerb einer Eigentumswohnung, mit einem Bauträger abschließen zur Privatnutzung. Dann ist es ein B2C-Vertrag, aber über Liegenschaften, VGG kommt nicht zur Anwendung, aber das Konsumentenschutzgesetz. Und damit bleibt jetzt mit Blick auf den Anwendungsbereich nur mehr die Frage übrig, wie sich diese Regelungen von ABGB, KG und VGG zueinander verhalten. Und die Antwort ist recht einfach. Das ABGB ist allgemein, wie der Name schon sagt und Konsumentenschutzgesetz sowie VGG enthalten Spezialregelungen. Anhand eines ganz konkreten Beispiels, das wir noch kennenlernen werden, § 924 kennt eine Vermutungsfrist. Wenn sich innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe der Sache, also in unserem Fall etwa des Gebrauchtautos, ein Mangel zeigt, wie der Gesetzgeber sagt, wenn er hervorkommt, dann wird vermutet, dass er bei Übergabe bereits vorhanden war. Das ist ja Voraussetzung für die Gewährleistung. Im § 11 VGG finden wir eine Regelung für ein ähnliches Problem. Die Frist dauert allerdings ein Jahr. Und das heißt, wenn das VGG zur Anwendung kommt, dann verdrängt der § 11 VGG, der diese einjährige Frist kennt, den § 924. Dort aber, wo das VGG keine Regelung enthält, kommt trotzdem das ABGB zur Anwendung. Das heißt also, diese allgemeine Regelung, das kennen Sie auch schon aus dem Verhältnis von allgemeinem Zivilecht und Verbraucherschutzrecht ganz generell. Das ABGB ist dann insofern auffüllend und betrifft die Fragen, die eben nicht konsumentenschutzrechtlich geregelt sind. So, und was brauchen wir jetzt dafür, dass wir Gewährleistung geltend machen können? Diese Abweichung vom vertraglich Geschuldeten. Sie sollten jetzt aus der Länge und aus der Dichte des VGG sich nicht schrecken lassen. Wenn Sie im Kodex nachschauen, werden Sie dort bei § 28 dann die Gewährleistungsfristen für das VGG finden. Das sind schon sehr, sehr, und dann noch Übergangs- und Schlussbestimmungen. Das sind schon sehr viele Bestimmungen, während im ABGB das Gewährleistungsrecht in § 922 bis § 933 geregelt ist. Das ist also deutlich kürzer und deutlich weniger Text. Aber das heißt nicht, dass wir hier große Unterschiede finden, sondern es wurde bereits in der Literatur und Rechtsprechung dazu, wird in eine ähnliche Richtung gehen, hervorgehoben, dass eigentlich sehr viele Parallelen zu finden sind. Und das sehen Sie ganz deutlich beim Tatbestand der Gewährleistung. Ob ich Ihnen jetzt privat das Auto verkaufe oder ob Sie beim Händler ein Auto erwerben, in beiden Fällen wäre es etwa selbstverständlich ein Mangel, weil eine Abweichung vom vertraglich Geschuldeten, wenn die Bremsen des Autos defekt sind. Weil das ist, was Sie aufgrund des Vertrages erwarten dürfen. Und diese vertragliche Prävalenz, also diese Wichtigkeit der vertraglichen Vereinbarung, die haben Sie im ABGB und die haben Sie natürlich auch im VGG. Sie müssen nur unterscheiden. Im ABGB heißt es, ein Mangel liegt vor bei Fehlern von ausdrücklich bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften. Und im VGG heißt es, ein Mangel liegt vor, wenn nach § 5 vertraglich zugesicherte Eigenschaften nicht vorliegen und § 6 objektiv erforderliche Eigenschaften nicht bestehen. Das heißt also, wenn die Ware mangelhaft ist oder ganz allgemein gesprochen, eine Ware ist es ja nur im VGG, es kann sonst auch eine andere Leistung sein, wenn die Leistung bei der Übergabe einen Mangel aufweist, dann bedeutet das, sie weicht vom vertraglich Geschuldeten ab. Und wenn dem so ist, dann ist Gewährleistung geschuldet bei einem entgeltlichen Vertrag, was ganz einfach damit zu erklären ist, dass der Zweck der Gewährleistung die Wiederherstellung der subjektiven Äquivalenz ist. Und eine subjektive Äquivalenz haben Sie aber nur, wenn einer Leistung eine Gegenleistung gegenübersteht. So wie das in meinem Fall etwa zu bejahen war, wenn wir den Kauf eines Gebrauchtwagens um 8.000 Euro mit den beiden Leistungen einander gegenüberstellen. Also wenn wir diese beiden Leistungen vergleichen, wenn eine Leistung gebraucht war und eine andere Leistung die Gegenleistung 8.000 Euro. Das heißt aber umgekehrt, dass es bei einer Schenkung keine Gewährleistung gibt, weil es ja keine subjektive Äquivalenz gibt, sondern da habe ich freigiebig geleistet. Und damit sind wir dort aus den 922 fortfolgenden da draußen natürlich auch aus dem VGG, selbst wenn ein Unternehmen einem Verbraucher etwas schenkt und haben nur die Sondergewährleistung des § 945 ABGB. Wenn wir jetzt also den Mangel bejahen und Details, dafür verweise ich Sie auf die Bücher. Jetzt geht es vor allem ums Verständnis. Wenn also eine Abweichung von vertraglich Geschuldeten vorliegt, dann ist es entscheidend, dass Sie eben diese Vermutungsfrist beachten, denn die Mangelhaftigkeit ist nur dann Einfallstor für die Gewährleistung, wenn sie bei Übergabe gegeben war. Also wenn Sie beispielsweise einen einwandfreien PC übernehmen und später, nämlich drei Monate nach Übergabe, schütten Sie einen Becher Cola über die Tastatur und das funktioniert nicht mehr, ja dann liegt zwar ein Mangel vor, aber der war natürlich nicht bei Übergabe vorhanden und damit gibt es keine Gewährleistung. Nur so einfach wie in meinem Fall ist es eben meistens nicht. Denn Sie wissen oft nur zweifelsfrei, dass eine Leistung mangelhaft ist, dass eine Ware jetzt einen Mangel hat. Aber wann dieser Mangel erstmals aufgetreten ist, wann er angelegt wurde, das wissen Sie oft nicht. Vor allem, weil ja die Gewährleistung auch das Einstehen müssen für zufällige Ereignisse ist und damit dieses Zufallsrisiko bis, aber eben nur bis zur Übergabe beim Übergeber liegt. Also um noch einmal auf mein Beispiel zurückzukommen, dass es einen Defekt bedeutet, wenn die Leistung, also wenn das Auto beispielsweise nicht funktioniert, weil die Bremsen defekt sind, dann ist das ein Mangel. Aber wann lag dieser Mangel das erste Mal vor? Vorübergabe oder Nachübergabe? Und hier greift eben die Vermutung des § 924 und im VGG des § 11. Wir haben eine sechsmonatige Vermutungsfrist im ABGB und eine einjährige Vermutungsfrist im VGG. Das ist nicht ganz widerspruchsfrei zu erklären, denn man hätte ja auch, und der europäische Gesetzgeber hätte das freigestellt, im allgemeinen Zivilrecht eine einjährige Vermutungsfrist anordnen können. Früher war es halt einmal eine sechsmonatige Vermutungsfrist und im VGG ist es eine einjährige. Man hat sich aber dafür entschieden, das beizubehalten. Und das führt aber zur Situation, dass Sie jetzt genau schauen und genau denken müssen. Beim verbraucherrechtlichen Erwerb einer Liegenschaft beispielsweise haben Sie eine sechsmonatige Vermutungsfrist, obwohl es ein Verbrauchergeschäft ist, weil das VGG nicht zur Anwendung kommt. Bei einem Warenkauf von B2C haben Sie eine einjährige Vermutungsfrist. Das heißt, innerhalb dieser Frist muss der Mangel hervorkommen und dann wird vermutet, dass er bei Übergabe bereits vorlag oder angelegt war. Vorlag, das ist jetzt nicht wörtlich zu nehmen, also auch dann, wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, später nicht funktioniert, weil eine Verlötung nicht in Ordnung war, die man leicht hätte in Ordnung bringen können, wenn man es gewusst hätte und quasi ein Mangel sich dann weiter frisst und irgendwann die ganze Waschmaschine defekt ist, dann reicht es, dass bereits diese Verlötung bei Übergabe schlecht war und alles Weitere, was daraus entsteht, ist von der Mangelhaftigkeit dann erfasst. So, und wenn wir jetzt also auch noch in der Vermutungsfrist sind und der Mangel also in der Vermutungsfrist aufgetreten, das haben wir ohnehin kein Problem. Der Übergeber müsste den Gegenbeweis antreten. Aber das heißt nicht, dass wenn wir außerhalb der sechs Monate oder außerhalb des ein Jahres sind, dass der Übernehmer nicht doch auch nachweisen könnte, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag. Das kann bei einer Liegenschaft leichter Fall sein. Also wenn bei einer Liegenschaft beispielsweise eine bestimmte Quadratmeteranzahl zugesichert wurde, 1000 Quadratmeter und dann später kommt man durch Zufall drauf, viel später kommt man durch Zufall drauf bei einer Neuvermessung. Es sind in Wirklichkeit nur 950 Quadratmeter, dann fällt es ja leicht nachzuweisen, dass dieser Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war. Man kann nicht den Beweis antreten und Gewährleistung geltend machen. Das führt dann zur letzten Frage, die wir in dem Zusammenhang klären wollen. Ich muss die Gewährleistung als verschuldensunabhängen Behelf in einer recht knappen Frist geltend machen. Einfach auch um dem Rechnung zu tragen, dass der Übergeber irgendwann die Sicherheit braucht, dass es vorbei ist. Im B2B-Vertrag hat er natürlich eine besonders hohe Sicherheit, weil die Rügeobliegenheit des § 377 UGB für den beweglichen Warenkauf zu einer Verpflichtung des Übernehmers führt, einen Mangel anzuzeigen und unverzüglich zu rügen. Und wenn er das nicht macht, kann er innerhalb der sonstigen Fristen sein. Es gibt keine Gewährleistung. Aber wenn wir nicht innerhalb dieser Rügepflichtverletzung uns aufhalten, sondern wenn wir auf die allgemeinen Gewährleistungsfristen schauen, müssen wir unterscheiden. Wir haben bei beweglichen und bei unbeweglichen Sachen verschiedene Fristen. Bei beweglichen Sachen sprechen wir von einer zweijährigen Gewährleistungsfrist, die objektiv im Zeitpunkt der Übergabe startet. Also mit der Lieferung beginnt die zweijährige Gewährleistungsfrist. Wenn ich Ihnen mein Auto übergebe, beginnt die zweijährige Gewährleistungsfrist. Wenn ich Ihnen die Sachherrschaft an der Liegenschaft überlasse, dann beginnt, und jetzt kommt es, bei unbeweglichen Sachen eine dreijährige Gewährleistungsfrist. 933 UGB, bewegliche Sachen zwei Jahre, unbewegliche Sachen drei Jahre. Im VGG § 28 haben Sie ebenfalls eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Dort kann es ja immer nur bewegliche Sachen betreffen, weil Liegenschaften ja nicht vom VGG erfasst werden. So weit, so gut. Jetzt haben Sie aber bei Rechtsmängeln einen anderen Fristbeginn. Der Fristbeginn bei einem Rechtsmangel setzt nicht an der Übergabe, sondern an der Kenntnis des Übernehmers von der fehlenden Berechtigung oder von der Rechtsmangelhaftigkeit der Leistung an. Das liegt einfach daran, dass Rechtsmängel, anders als Sachmängel nicht so einfach durch Untersuchung erkennbar sind. Potenziell können Sie natürlich die defekten Bremsen als solche identifizieren und Sie können die Liegenschaft als zu klein identifizieren. Ob es Ihnen vorzuwerfen ist oder nicht, ist es nicht relevant für den Fristenlauf. Aber hier knüpft man an die abstrakte Feststellbarkeit an und daran eben eine zweijährige Frist. Bei Rechtsmängeln ist es anders. Das erste Mal kommen Sie drauf, wenn ein Dritter sagt, die Sache ist mangelhaft. Und das führt zugleich auch zur Antwort auf die Frage, was eigentlich ein Rechtsmangel ist. Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Ihnen nicht das geliefert wird, nicht die Rechtsposition verschafft wird, die Ihnen vertraglich versprochen wurde. Also insofern eine Abweichung des Gelieferten vom Geschuldeten, als Sie etwa nicht Eigentümer werden, als Sie nicht lastenfreier Eigentümer, sondern nur mit einer Servitude belastete Eigentümer einer Liegenschaft werden. Als sich auf einer Liegenschaft noch irgendwelche Steuern und Gebühren finden. Irgendjemand kommt später und sagt, hoppla, das war mein Auto. Das heißt also, wenn Ihnen nicht die Rechtsposition verschafft wird, die Ihnen nach dem Vertrag hätte verschafft werden sollen. Bitte, dass es keine hundertprozentige Übereinstimmung mit irgendwelchen technischen rechtlichen Vorschriften gibt, führt noch nicht zur Rechtsmangelhaftigkeit. Also wenn beispielsweise eine Öl-Norm bei der verkauften Liegenschaft oder Produktsicherheitsvorschriften beim verkauften Kinder, die nicht eingehalten werden, dann wird auch gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Aber es handelt sich um einen Sachmangel. Ein Rechtsmangel liegt also typischerweise dann vor, immer nur dann vor, wenn dritte Rechte an der erworbenen Sache haben. Und bei diesen Rechtsmängeln haben Sie eben eine zwei- oder dreijährige Frist, die mit der Kenntnis des Übernehmers zu laufen beginnt. Und neben diesen Fristen haben Sie dann, neben den Gewährleistungsfristen, haben Sie auch noch eine eigene Verjährungsfrist, die an der sachgerechten Feststellung anknüpft, dass es ja sein kann, dass der Mangel am letzten Tag der Frist auftritt. Und dann haben Sie de facto keine Möglichkeit, innerhalb der zwei oder drei Jahre die Gewährleistung geltend zu machen, weil es ja bereits verfristet ist. Deswegen können Sie nach Ablauf der Gewährleistungsfristen, wenn der Tatbestand erfüllt ist, immer noch drei weitere Monate klagen. Das gilt für das ABGB und das gilt für das VGG. Das ist dann eine echte Verjährungsfrist. Das heißt, Sie können noch drei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfristen Ihren Anspruch geltend machen. Ihren Anspruch geltend machen ist etwas allgemein formuliert, was Sie tatsächlich tun können, wenn Sie Gewährleistung verlangen. Das schauen wir uns in einem anderen Lecturecast an, nämlich bei den Gewährleistungsbehelfen. Ich fasse also noch einmal mit Blick auf den recht kompliziert geregelten Anwendungsbereich zusammen. Wir haben ein dreispuriges Gewährleistungsrecht. Im Fall von B2B und C2C-Verträgen, also wenn entweder ein Unternehmer, einem anderen Unternehmer eine Ware verkauft oder eine Leistung ganz allgemein gesprochen erbringt, kommt nur das ABGB zur Anwendung. Für die Rügeobliegenheit verweise ich noch auf das UGB. Wenn es sich um einen Verbrauchervertrag handelt, müssen wir unterscheiden. Verbraucherverträge, B2C-Verträge sind jedenfalls nach dem ABGB zu beurteilen und nach dem Konsumentenschutzgesetz. Wenn aber ein Verbrauchervertrag auch den Anforderungen des VGG entspricht, wenn also eine Ware, eine bewegliche körperliche Sache verkauft wird von Unternehmer an Verbraucher oder wenn ein Unternehmer einem Verbraucher eine digitale Leistung erbringt, dann kommen nicht nur das ABGB und das Konsumentenschutzgesetz zur Anwendung, sondern auch das Verbrauchergewährleistungsgesetz. Und das Verbrauchergewährleistungsgesetz, das enthält dann für Verbraucherverträge eben eine ganze Reihe von Sonderbestimmungen der Gewährleistung, die aber in der Sache sich weitgehend mit dem ABGB decken.